Was sagen Sie denn dazu, dass Pegida jetzt aufhört nach zehn Jahren? Naja, so richtig habe ich ja nicht verstanden, ob sie nun aufhören. Also für mich hört es sich so an, als wenn sie doch mal weitermachen irgendwie. Wir werden mal sehen, in welchem Format. Und ich denke, wir werden sie dann auch trotzdem weiter unterstützen. Aufhören will ja keiner, glaube ich. Dann zehn Jahre Pegida, war das erfolgreich? Das war sehr erfolgreich, auch wenn es eben zum Ende hin ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber du kannst es eben auch nicht mit diesem Stamm an Leuten schaffen, zehn Jahre lang jeden Montag auf die Straße zu gehen. Das funktioniert in diesem Maße nicht. Und darum hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht alle Vierteljahr, alle Halbjahr eine Demo machen, dann hätte es das auch gebracht. Aber ich glaube, sie haben unwahrscheinlich viel für dieses Land getan, was gegen die Islamisierung hier spricht. Lars Klingenmeier von der SPD hat kürzlich im Fernsehen gesagt, er befürchtet, dass Donald Trump drankommen würde und dass es dann zu einer Lösung mit Putin kommen könnte. Und da hat er Sorge vor. Was sagen Sie darüber? Ja, ja, ich habe da keine Sorge für. Ich würde mich freuen, wenn das so kommt, dass der Trump praktisch genauso weitermacht, wie er eigentlich damals auch angefangen hat. Es ist einer der wenigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, die keinen Krieg geführt haben. Und deswegen ist das genau der Richtige, den wir jetzt an dieser Stelle brauchen, um den Krieg auch in der Ukraine zu beenden. Denn es ist egal, auf welcher Seite die Menschen sterben. Jeder Mensch, der da stirbt, ist einer zu viel. Und da muss man alles diplomatisch tun, um das zu beenden. Also Sie gehen davon aus, dass er dann, wenn er US-Präsident werden sollte, dass er sein Wort hält und dann auch den Ukraine-Konflikt schnellstmöglich beendet. Daran wird er sich messen lassen müssen, aber ich glaube, dass er das tun wird, ja. Was sagen Sie dazu, dass das BSW sich ja jetzt durch die Sondierungsgespräche in Thüringen eigentlich ziemlich klar demaskiert hat? Naja, es ist eben dann doch die jüngste Altpartei, die man hier in Deutschland hat. Und ich sage mal so, ich habe nie davon, ich habe nie Hoffnung gehabt, dass man mit diesen Leuten zusammen, das sind Kommunisten, irgendwie Politik für das Volk hier machen kann. Habe ich keine Hoffnung und sehe ich auch keine Chance. Denken Sie denn, dass es machbar ist, bei den nächsten Wahlen oder vielleicht, ja, nächstes Jahr, denke ich nicht, aber vielleicht auch bei den anderen Landtagswahlen, dann eben so eine Mehrheit zu bekommen, wie es beispielsweise im Saarland bei der SPD war, die kann ja alleine regieren, ohne Koalitionspartner, weil sie einfach so viele Fremden erhalten. Ja, das ist richtig, das ist ja genau das, worauf wir hinarbeiten. Ich sage mal, die Bürger werden sich das auch nicht gefallen lassen. Die Bürger haben jetzt erlebt, dass sie wieder eine starke AfD-Wähl haben, es wieder nichts passiert und irgendwann wird das nachher so viel, werden so viele Prozente werden, dass wir die Mehrheit im Landtag haben und dann werden wir das einfach alleine machen, was ja auch richtig ist. Ich will nicht mit CDU-Leuten zusammen regieren, die das ganze Theater, was wir hier auf den Straßen haben, mit zu verantworten haben. Das ist nicht mein Koalitionär. Meine Koalition sind die Bürger aus der Souverän dieses Staates. Für die mache ich Politik und am besten alleine. Wunderbar, herzlichen Dankeschön. Sehr gerne. Durchhalten, weitermachen. Danke. Ciao.